Oktoberbraum Tim Waterford Jerry progressive Achtung. Mandel ratzet findet statt. Echo choir ist aufgeflohen. Sind das Lyrics oder sowas? Hey! Hören Sie auf an meinem Wagen rumzumachen? Hey, ich hab grad zwei Typen gekillt. Abgefahren. Die hatten Knarren und Messer und waren voll die Arschlöcher. Wo hast du die Cops? Nein, kann ich nicht, weil ich hab noch hoffenweise so Gras und Pilze im Auto. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung, aber ich schieb hier total die Panik. Ehrlich, Baby, ich hab Angstzustände deswegen. Tut mir leid. Fallen lassen. Agent Howell wurde aktiviert. Er hat zwei Agenten mit einem Löffel getötet. Einem Löffel? Was? Wir liquidieren Agent Howell. Männer in Schutzanzügen? Was soll das? Durch ihre Aktion sind zwei CIA-Agenten zu Tode gekommen. Haben sie aufgelegt? Bitte sagen Sie, dass Sie nicht aufgelegt haben. Irgendwas sehr seltsames passiert mit mir. Ich bring ständig Leute um. Vielleicht bin ich ein Roboter. Du bist kein Roboter. Ich will nicht neuraliert werden. Oh, oh, Mike. No, no. Der Kerl ist eine Killermaschine. Wir haben ihn aufgebildet. Er ist ein Sicherheitsrisiko. Du willst das ganze Kaffee in die Luft jagen? Ha! Oh nein, helft mir! Auf jeden Fall rette ich meine Freundin. Oh, das war der altbewährte Bratpfannentrick. Wir nehmen einen Wagen und ziehen erst mal einen durch. Du willst jetzt einen Joint rauchen? Okay, nein, nein, nein. Du hast völlig recht. Das wäre ein Fauxpas. Ich bin ein Fauxpas. Oh, mein Gott. Ich bin ein Fauxpas. Ich bin ein Fauxpas.